Das Volk muss beschäftigt werden, egal womit. Wir kriegen Strohpuppen hingehalten immer, dann kümmern wir uns drum. Avatare, Voodoo-Püppchen werden uns hingehalten und jeder kleine Stammtisch darf mal seine Gabel reinstecken und denkt, er hat mitgeredet. Ackermann war so ein Avatar, immer gerne genommen. Ackermann ist immer dabei, der Standard-Avatar. Ackermann und alle stürzen sich auf den Zyniker mit dem Victory-Zeichen und haben den gefleddert wie Windhunde so einen künstlichen Hasen. Ackermann ist immer noch im Amt. Ackermann wird hofiert und behandelt wie ein Fürst und eingeladen überall. Ackermann ist doch nicht das Problem. Ackermann ist der Klassenprimus in einem inhumanen, maroden System, aber doch nicht das Problem. Und wenn einer mal das System in Frage stellt, wie Lafontaine und Gysi, und wirklich mal die Systemfrage stellt, werden sie sofort abgewatscht. Wir wollen uns lieber über Nokia jammern einmal im Jahr. Wir sind ein Volk von Kleinaktionären und Börsianern. Jeder steckt ein bisschen seinen Sparstrumpf in die Börse und hofft auf Rendite. Und dann jammern wir über Manager-Gehälter einmal im Jahr. Wir müssen uns entscheiden. Fragen Sie mal Ihren 20-jährigen Sohn, wenn er BWL studiert, was er werden möchte. Ackermann will er werden. Der Ackermann ist nicht das Problem. Wir haben ein Mentalitätsproblem hier. Zumwinkel, genau so ein Avatar. Zumwinkel war in der Presse und sofort war verdrängt, dass die Landesbanken gerade Milliarden vernichtet haben. Zumwinkel? Lass uns doch lieber mal um die Millionen vom Zumwinkel kümmern. Was kümmern uns die Milliarden? Und Zumwinkel war sofort in den Schlagzeilen. Zumwinkel ist nicht das Problem. Wir sind ein Volk von Steuerhinterziehern. Zumwinkel wurde für unsere Sünden hingerichtet am Kreuz. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Steuerbescheid hier. Ja, sicher. Zumwinkel ist nicht das Problem. Überhaupt nicht. Gar nicht. Es ist die Gier. Es ist unsere Gier. Wir müssen uns mal entscheiden, was wir wollen. Wir können nicht jammern, dass die Kinder an Alkopops krepieren und der nette Günther Jauch säuft für den Regenwald. Das geht nicht. Wir können nicht jammern, dass die Eisbären absaufen und der nette Herr Kerner macht Werbung für Air Berlin Billigflieger. Das sind die netten Turbokapitalisten von nebenan. Familienkompatibel. Die können sich auch ganz locker unterhalten mit so einem Hartz-IV-Empfänger. Kein Problem. Der Zumwinkel, der wurde abgeführt wie ein Serienkiller. Und der Michael Schumacher sitzt in der Schweiz und freut sich ein zweites Loch in den Arsch. Das sind unsere Helden. Ja klar. Es gibt Gute und Böse, Gierige. Man kann auch nett und gierig sein. Ja klar. Und dann sitzt irgendein zerrüttetes Elternpaar, meinetwegen beim Günther Jauch auf dem Sofa, weil das Kind sich ins Koma gesoffen hat. Und dann hört er sich das aber auch betroffen an. Und dann ist Werbepause und dann kommt Kronbacher Werbung. Wer wird Millionär? Günther Jauch natürlich. Aber hallo. So war ich es Ihnen gerade. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.